Moin Leute und Willkommen zurück in New World. So wir sind hier immer noch mit der Hauptquest beschäftigt und wir sind jetzt hier in, wo sind wir denn hier? Verzerrte Höhe, wo er uns zumindest von der Quest sagt, hier pass auf Stufe 60. Wir haben bisher aber so weit Glück gehabt, waren alle Stufe 50. Waren ein paar knappe Fights dabei, aber jetzt müssen wir jetzt hier und wie noch diese blöde Treppe hoch. Das ist jetzt die Frage, ob wir hier so durchkommen, weil ich vermute, dass wir hier von allen jetzt Agro ziehen. So, der hat Rückzug. Wir nehmen erstmal hier das Trüchen, damit der uns nämlich wieder erneut, der wieder erneut Agro ziehen kann. So, kommen wir hier durch. Noch ja, noch ja, noch ja, noch ja, noch ja. Der Kleine kommt, aber der ist glaube ich nicht ganz so schlimm. Jetzt haben wir hier nur den Dicken. Haben wir jetzt hier wirklich nur den Dicken? Der kriegt ja gar kein Schaden. Der kriegt ja gar kein Schaden. Er legt und schlafen. in der einzelnen ablauf steht dann geht es aber wir da sind mir so jetzt haben wir ja das problem bei den kleinen das immer dass die über die zeit zu fischern es hört sich immer so an als wenn ihr und von noch gegner sind so die frage ist ob wir denen jetzt so platt kriegen ich glaube bei dem wäre das sogar der gleich der macht ja schauen also der wäre auf jeden fall besser mit fernkampf wieso trifft uns das so wie kommen wir nicht mal dazu den zu schlagen dass ich auch nicht jetzt kaputt machen ich würde eigentlich gern wenn er nicht hinterher kommt so ich glaube wir gehen mal auf der haut uns da sogar auch noch nur beim bloßen laufen 100 kunst die ist hier blieben das schon mal gut er macht immer noch mal so auch nicht viel das war natürlich doof das war natürlich doof das war schön die tränke nutzen zwischendurch sieht das immer so aus als wenn er auf dem zog wird und wir haben bald den So, jetzt muss man mal kurz ein bisschen laufen, er schubst uns, dass der uns da mal mit seinem Kack-Schwanz trifft, so jetzt noch ein, oh ein Heavy Mensch, da ist er, nach hinten, ich bin nicht hinten, hochhitze ich, nee, ich glaube den habe ich nicht getroffen, jetzt muss man jetzt auch ein bisschen draufpassen, dass er echt, echt ein bisschen böse kommt, so jetzt muss er trotzdem aufpassen, weil sonst macht er uns trotzdem platt, und dann droppt er nicht mal was, was ist das für eine scheiße, so mittlerweile sind sogar unten die schon wieder gespawnt, was haben wir hier, so den holen wir mal her, hier, ach da kommen ja schon wieder so viele, So, was haben wir da, links sind noch zwei, da ist ein Priester, ich glaube der Priester hat Akku, so, was die treffen uns hier, na toll, ich habe den 3er Schuss zu früh angefangen, das Problem ist jetzt, aber da ist ja noch diese olle ranken wahrscheinlich geht die relativ fix jetzt schießt er uns wieder an dass wir unter die treppe gehen nicht treffen ich glaube wir hätten ein bisschen werden soll wenn wir sind jetzt auch nicht auf bogen ausgelegt aber die ranke holen wir uns jetzt aber noch du kommst hier nicht zum trink nimmt ein trink was hier die bin müsse wir sterben wir sterben nicht so 48 meter so da sind noch priester priester der sind das auch ein priester ich würde die mal hier hinten anziehen dann haben wir vielleicht ein bisschen doch erst mal nur der eine kriegen ja auch so heftig den kack schaden wieder so jetzt haben wir die beiden weg das schon mal da ist so funktioniert so viel treffen lassen Weg da! Was ist das denn hier? Geht weg! Hilfe! Besiege, Jonas. Sind wir jetzt hier richtig? Ich glaube, wir sind hier gar nicht richtig. Wir sollen da wieder... Hä? 40 Meter. 30. Wir sollen hier jetzt einen besiegen. Na toll. Jetzt kann der sich wieder auffüllen, halt. Ich muss ja erstmal hier den Kacker wegnehmen. Beide und zwischendurch. Da teilt die Geräusche her. Oh, jetzt weicht er auch so aus, dass dabei nicht beide treffen. Jetzt sollen wir... Jetzt sollen wir den hier vorne besiegen. Den wir schon geküllt haben. Ist ja auch nice. Den haben wir doch schon. Hallo! Hallo! Der ist schon tot. Oder haben die anderen was drüber? Ne. Okay. Der auch nisch. Der auch nisch. Der auch nisch. Okay. Wenn ich jetzt so... Komm... Dann... Ist es vielleicht ein bisschen einfacher. So. Level Up! Äh... Wir schmeißen es mal vorsichtshalber in den Schick. Klack. So. Jetzt muss er gleich noch der zweite Soldat kommen. Aber wie lange wir brauchen hier, um mal so ein paar Boys zu können. Sehen auch so richtig scheiße aus, ey. Junge, Junge, Junge. So. Jetzt Punkt der nächste. Knack. So. Jetzt ist nur noch der Priester wieder. Ja. Da ist auch schon. So. Ich warte noch kurz auf den Feuer. Ja. Das macht uns ja nix. So. Okay. Okay. Vereitle Tor fürs Pläne. Okay. Ach du Gott. Du verfeigerst mir den Gehorsagen. Trage die Konsequenzen. Das Tor öffnet sich für unsere Verbündeten und mit ihnen kommt euer Untergang. Welcher Untergang? Welcher Untergang? Nein. Kein Untergang. Hä? Der einfach den Priester geschnappt. So. Was? So. Hier sind wir jetzt richtig. Sprich mit. Jasch. So. Ich glaube, das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Queer Porten? Nee. Gut. Dann würde ich sagen an der Stelle. Spitze. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.